Also wir haben jetzt Luigi Spieler, es beginnt. Er heißt Shizui. Er lernt noch die ganze Scheiß, lernt die ganze Tag und so, aber er hat schon gute Tricks. Er hat eigentlich nur gewonnen gegen mich, weil er die Peach Tricks nicht kannte. Er hat trotzdem diese Move gehittet, trotz dieser Interruption. Das ist ein lustiges Match-up. Hund gegen Katze. Es ist so schnell und gut, mit einem tollen Angle. Er macht es nicht, aber es macht ihn aufstage. Oh, ich kann es aber nicht so gut unterstützen. Ich liebe ihn. Oh, aber er hat Kicked in die Fache. Oh mein Gott, er hat auch Stomped. Oh, ein Grab. Duck Hunt hat einen excellenten Grab. Er hat wirklich das kann, aber da war niemand da. Ich weiß nicht, ich weiß, Also, ähm, Spanisch-Speaker, aber wohnt in Berlin. Oh, okay, jetzt, oh, hätte er diese Kanne detoniert, das wäre was gewesen. Oh, down air into F-Tilt, spicy, nice. The F-Tilt from, oh my gosh, I love that, but Duck Hunt recovery, enough to get back. You all right, Beble? Um, the vastest thing I need to do is I can. Oh, can to cover the jump. Dank für die Erklärung, Lieb-Switch. Ich finde auch, dass Art mit ihm so ein Mega-Goop geworden ist. Aber er wurde gerade gegrabbt, nachdem er seinen Power-Up bekommen hat. Oh, aber Florie muss noch lernen, zu recover mit den Kan. Ganz, ganz wichtig. Oh, not quite. Mein Big King mit der Kan. Du hast auch Duck Hunt Erfahrung. Ich liebe Duck Hunt. Ich liebe Duck Hunt. Wenn ich das machen könnte, ich würde zurückgehen und Duck Hunt spielen stattdessen. So die ganze Stunden in Duck Hunt gehen stattdessen. Einfach weil der Charakter so geil ist. Ja, du hast noch viele Stunden vor dir. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es, dass ich einen Schlingshot habe. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, das Up-Air ist. Das ist eine gute Option für Low Percent. Against Heavis, you can combo it into another one. And maybe get something a bit more Outrageous. Oh! Ich habe gerade Teilzeit gemacht. Ich bin nicht mehr Outrage-Percent. Und Selidn ist Dr. Selidn schon. The Get of Attack going through Duck Hunt. Oh, he did just a cheeky taunt! Outrageous behavior! Oh, he's gonna die. Taunt to get body... No! That worked! That was just really outrageous. He says it was on accident. But, Jesus, man. I'm gonna clip that. Oh nein. I clipped in disrespect. Hehehe. Hehehe. Deswegen spiele ich niemals am Streamsetter. Ja, muss man. Möchtest du als nächstes spielen? 2-0 Prügel. 2-0. Oh, der Prügel wurde richtig verprügelt, gell? Wow. Was haben wir gespielt nochmal? Pinker Bruder. Oh man, Zango ist stark, ne? Ist das dein Min-Man-Spieler? Ja. Ja. Aber du hast einen Lieren besiegt. Let's go! Let's go! Let's go! Egal, ich komme wieder. Lieber Marco, wie ging's? 2-0 für mich. 2-0 für dich. Dann bin ich jetzt gegen den Loser von denen, oder? Anubion. Hättest du Lust, oder? Ja? Ja? Dann, nach dem Getz, den Kasten gegen Bebo. Los, du musst es! Für die Gönner, Junge! Ich werde jetzt so mächtig geklippt. Ich werde jetzt wieder aufstehen. Ich werde jetzt wieder aufstehen. Wenn man ausschaut, kriegt jemand was Empty. Und macht er dann aufstehen, wenn er nur Minutes lang muss. Oh, jetzt wieder Wolf. Ja? Minutes, oder? Ja, ich werde mir aufstehen. Das wird nicht gut. Aber der Hohen-Pointe-Leber, die ich nur jetzt richtig gewinnt. Ich werde das überrascht. Ja, aber dann würde ich gegen E-Dame das auch mal spielen spielen. Egal. Ich würde dann mein Game irgendwann spielen. Du möchtest dann auf... Bebo... Bebo Anubion? Ja. Anubion ist auch ein Newcomer. Aber ich freue mich, wenn Newcomer und Springsteen sind. Und dann du gegen EJ, weil das einfach krank ist. Und ich hatte eine Brainwave. Die Sets am Anfang sind immer mega schnell, weil das beste Free ist. Ja. Wir haben mega viel davon, wenn wir ranfahren. Und später machen wir den. Später muss man ein Sacrifices machen, oder so Gangskipping. Bitte gewinnen. Sonst kriegst du E-Day. Ne, sonst kriege ich E-Mail, denn er verliert. Ah. Aber beide nicht. Jetzt habt ihr endlich mal wieder euer Klassiker-Better. Ist das ein Klassiker-Better? Habt ihr oft gegen ihn? нужde den Klassiker-Better, das ist so. Auf beiden Klassiker-Better. Ja. Auf Klassiker-Better. Aber es macht euch jetzt her und nicht, weil man sowieso es sechsmal spielen muss. Woaa, stark von Art! Das ist ja go, wir mussten das. Das ist ja so. Echt? Aber man braucht auch wieder, dass man auch wieder zu spielen. Was ist denn das für ein? Wir nehmen ihm keinen Daten. Ja, ja. Seit der letzten Saison. Seit der letzten Saison. 2-0, sag, sag. Aber ich hab 2-0. Du hast zu gewonnen. Ja. Man, Luigi, man. Luigi. Das ist cool. Der ist gut. Hat mich auch fast besiegt. Mich hat er ja besiegt. Hat er besiegt? Oh, Junge. Ich sag's dir. Wenn er 0-to-death machen könnte, er ist besiegt. Ich hab noch was online da ist. Ähm, clip es. Ich habe es verloren. Ich werde es trotzdem clipen. Hast du dich schon bei Daniel bedankt für den Prime-Sack? Danke, Daniel, dafür, dass du mit Prime gesuppt hast. Ich bin ein schlechter Streamer, ne? Ein bisschen hübsch ist das Streamer. Ich muss mal auf Update aber drücken meine Nase. Ah, danke dir. Ähm, kannst du hier an der Spärschen MK spielen? Mach das. So, Anubio und Bilbo und dann du EJ. Genau. Ich sag die EJ4. Yelp, du Spätjack nach dem Stream. Juhuuu 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 Juhuu Juhu Juhuuu sss ist es ist so jetzt nicht dass ist nicht 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 das ist Oh, das ist nein, ich habe noch nicht. Gehen wir noch, an den N seeing them at that scene, um an Suriname zu sehen. Das ist das Walton nicht, sie können weiter ausgehen. Der Walton geht um einen webel zu sehen. Dann ist der Walton vielleicht ein bisschen old, dann habe ich ihn wieder gewonnen. Weilere Waffe Busten. Komm? Das war es auch auf den Abstand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017